Hi, herzlich willkommen zum Drop-Oster-Review-Cast. Siehst du, ich bin schon verkackt, weil du mich abgelehnt hast? Natürlich sind wir hier beim Drop-Review-Podcast. Unsere zweite Episode ist diese tolle, wundervolle Sache, die wir hier, Julia und ich, für euch machen, damit ihr natürlich nur auf unsere Reviews hören könnt und nicht unser ganzes News-Gebubble, was diese Woche vielleicht nicht passiert. Wir wissen es noch nicht so genau, weil ich habe gerade gecheckt, dass ich nichts verkackt habe. Und vergessen habe, mein Mikrofon irgendwie anzuschalten. Keine Ahnung, wieso auch immer das passiert ist. Niemand weiß es, aber es ist leider, wie es ist. Aber wir haben euch natürlich fünf tolle Filme und eine Serie, beziehungsweise vier Filme und eine Serie mitgebracht. Und zwar, Gangobai, Katja Wadi, wir haben Winning Time, wir haben Star Wars, Attack of the Clones, Abteil Nummer 6 und der schlimmste Mensch der Welt, The Worst Person in the World. Und ja, wir hoffen mal, die Review wird nicht so worse auffallen, weil Julia hat ja schon gesteckt, dass sie nicht so ein großer Fan ist. Aber dazu will ich später mehr wissen, warum, weshalb, wieso. Ich bin auf der Suche nach meinem verlorenen Geschmack vielleicht. Ja, okay, dazu will ich mehr hören. Ich will noch nicht so viel hören. Ich habe sie extra auch abgewürgt letztens, dass sie mir nicht mehr sagen sollen. Sag, was geht's? Ich bin gespannt. Wir fangen an mit unserem ersten Review und zwar mit Gangobai, Katja Wadi. Und ja, mal wieder ein indischer Film. Wer auch sonst sollte das mitbringen, neben mir. Das Ganze ist, wie gesagt, in Originalsprache Hindi. Es kommt aus dem Jahr 2022. Ist 150 Minuten lang und für zwölf Jahre freigegeben. Sanjay Lila Bansali hat den Film gemacht und der hat es auch geschrieben, zusammen mit Utkashini Vashishtar. Habe ich hoffe nicht richtig ausgesprochen. Was eine Frau ist. Und ja, die haben das Ganze sogar auf der Berlinale, auf der 72. Berlinale, in der Berlinale Special Gala vorgeführt. Das war die Uraufführung. Und ja, das Ganze basiert auf S. Hussein Saidis Buch Mafia Queens of Mumbai. Weil sie wird nämlich auch als Mafia Queen bezeichnet hier in diesem, auch im Film. Und ja, sie ist die Mafia Queen des Rotlichtviertels von Bombay. Weil die Story ist nämlich ganz interessant. Ganga heißt sie am Anfang. Da ist sie nämlich noch ein junges Mädchen und sie wird von ihrem Verlobten oder dieser Person, die sie liebt, sage ich mal so. Also auf jeden Fall, es wurde nicht klar, dass sie ihr Verlobter ist, so richtig fand ich. Aber gut, jedenfalls wird sie so ein bisschen hinters Licht geführt. Und weil er ja verspricht, dass sie hat eine große Karriere beim Film. Machen und Movies da und so weiter und so fort. Aber er hat sie nur in das Bordell von Kamatipura gebracht, was dieser Rotlichtstadtteil ist in den 50er Jahren in Indien. Und ja, da ist natürlich alles sehr, sehr krass. Und sie checkt das am Ende nicht. Ihr Willen wird so ein bisschen erst mal gebrochen von der, wie heißt das hier? Madame, der Puffmutter? Wie heißt das? Heißt Puffmutter? Ist das ein Terminus, den man sagt? Ja, ich sehe hier, dass es einen anderen Terminus gibt. Aber Puffmutter ist die umherrschaftliche Zeichnung. Die Besitzerin des Modells. Die Besitzerin der Frauen. Ja, genau. Und die sozusagen bricht sie so ein bisschen. Und ich fand auch, muss ich sagen, es hört sich jetzt ein bisschen funny an hier an dieser Stelle. Aber ich fand, sie lag dann auch immer auf ihrer Rekamere da so und sahen, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Aber sie hat mich ein bisschen an Jabba da hatte. Das ist weird. Aber es ist auch eine wilde Entscheidung sozusagen. Ich bin ja immer ein bisschen dagegen, dass so böse Frauen mit dicken Frauen besetzt werden, weil das sind so gängige Klischees. Also sie war nicht überdick, aber sie lag halt so da und hatte auch dann, da war da ein Mädel auch, die hatte so eine Kette. Das sah halt einfach so ein bisschen wie Leia aus. Ich glaube, das war einfach so diese Pose. Die Pose war es, glaube ich, einfach. Er war ein großer Star Wars-Fan gewesen, der Regisseur. Ja, who knows. Ja, das war ein kleiner Fun-Fact an der Seite. Kleiner Fun-Fact. Ja, auf jeden Fall. Puffmütter wie Jabba aussehen seit dem indischen Kino. Okay. Jedenfalls gibt es der Film dann natürlich weiter. Es geht nicht um Jabba und Hart und Sonstiges. Ja, sie wird nämlich nach einer, sie wird misshandelt von einem Freier. Und keiner konnte was so richtig tun und hat, sie wurde auch so richtig aufgeschlitzt, so richtig. Es war doll große Narbe und so. Und ja, und da, dadurch, also nachdem das passiert ist, gibt sie nicht klein bei und wendet sich an den, an Rahim. Der ist nämlich, der wird gespielt von RJ Deven, der ist sozusagen, der ist auch ein ganz, ganz großer Indische Star. Und der spielt Rahim Lalla und der, ja, mit dem verbrüdert sie sich so ein bisschen und, ja, und quasi sagt ihm Bescheid so, ey, der hat das hier gemacht. Und er erklärt das dann quasi als Boss und hat so ein bisschen den Schutz. Aber, aber auch nicht, auch nicht immer auf keinen Fall, weil sie argumentiert, nämlich immer, vor allem danach halt, für die, für die Prostituierten in ihrem Viertel. Also sie sagt sozusagen selber von sich, ich bin von vier, also ich bin verantwortlich für 4000 Prostituierte in diesem Viertel und sie schauen auf zu mir, weil sie quasi sich einsetzt dafür, dass diese Frauen Rechte bekommen. Und dass sie, das auch, was nachher gegen Ende des Films natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, dass sie sich einsetzt für die Legalisierung von Prostitutionen und auch, dass sie vernünftig behandelt werden und nicht wie Menschen zweiter Klasse, weil sie sind, wie gesagt, das älteste Gewerbe der Welt und sie sind da, beziehungsweise haben den, sag ich mal, den gleichen Stellenwert am Ende wie andere Berufe, die aber wesentlich besser logischerweise angesehen werden. Obwohl jeder dahin geht, jeder seine Probleme da lässt und beziehungsweise sich gut fühlen will, wenn, wenn er mit diesen Frauen zusammen ist. Und ja, und das findet halt keine, keine Recognition an dieser Stelle und dafür setzt sie sich sehr stark ein. Sie wird sogar zur, zur Präsidentin gewählt, dieses Viertels und ist da, wird dann halt, ist dann größer als das, was ihr am Anfang gesagt wird, also größer als ein Movistar, weil ihre Plakate und ihre Poster hängen dann überall an dieser Wand und an den Wänden und die sind für immer da. Die Poster werden jede Woche ausgewechselt sozusagen und das ist sehr interessant gemacht und ihre Story wird echt gut erzählt, dass sie auf Liebe verzichten muss, weil sie für diese Frauen da sein muss und auch die Kinder, die dann geboren werden, weil sonst werden die Kinder immer getötet sozusagen, weil die kein ordentliches Leben haben und sie hat dafür gesorgt, dass die Kinder dort leben konnten. Und das war wirklich echt an vielen, vielen Stellen sehr berührend und wunderschön gezeichnet und das hat echt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand den, fand ihn wirklich sehr gut, den Film hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen und definitiv eine Empfehlung für, für eure Watchlist. Auf Netflix gibt es das Ganze nämlich zu sehen und ja, da ist auch meine Wertung hier am Ende des Tages, Entschuldigung, erst mal IMDb, sage ich erst mal euch an, bevor es ist. IMDb hat eine Wertung von 7,0 und einen Metascore gibt es leider nicht. In der Letterboxd 3,6 von 5 Sternchen. Genau, ich habe dem Ganzen 4 von 5 Sternchen gegeben, beziehungsweise 8 von 10 Punkten und ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also, cool. Wie fandst du es denn jetzt, nachdem ich das erzählt habe, so? Ja. Was hast du denn gedacht? Nicht persönlich ist es so sehr Biopic, ne? Ich halte das immer. Ja, ja, das ist ja immer, ne? Ein sehr langer Biopic, so. Ich finde es jetzt nicht ohne interessant, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, yes, das ist my gateway to Indian Movies. Okay. Irgendwann muss ich mal, aber ich habe schon noch das Gefühl, man darf sich da nicht so verschränken. Wenn du das nächste Mal einen 5-Sterne-Film ansagst, dann schaue ich. Das mache ich. Hier wird heilig versprochen. Podcast Ehrenwort. Wenn das nächste Mal einen 5-Sterne-Vollywood-Film angesagt wird, werde ich ihn mit Beginner's Mind schauen. Okay. Also, ich habe Artikel 15, habe ich ja gemacht, ne? Habe ich das letzte Mal gemacht, ne? Ach so, letztes Mal. Ne, habe ich nicht gemacht. Habe darüber gesprochen. Ja, habe ich erzählt. Ist mir nicht unbekannt. Weil ich kann sagen, den habe ich ja 4,5 von 5 Sternchen gegeben. Ja, das kann 5 Sternchen sein, aber... Ja, 5 Sternchen ist ja auch hart. Komm mal, wann gibst du mal 5 Sternchen? Ich habe neulich auch mal davon nachgedacht, 5 Sternchen ist wirklich schwierig. Aber es gibt ja nie so ein paar. 5-Sterne-Film, erst mal Everything, Every All at Once, obviously. Aber ich habe dieses Jahr, glaube ich, erst 5 5-Sterne-Filme vergeben. Was ziemlich viel ist. Und da waren 2 Rewatches dabei. Ha. Was war denn? Also, 2 Mal Everything, Every All at a Time. Das auch, aber Raid, The Raid, habe ich auch 5-Sterne gegeben. Okay, okay. Kein 5-Sterne-Film, definitiv kein 5-Sterne-Film, ist die nächste Review, die wir euch gebracht haben. Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Attack of the Clones. So ist es. Aus dem Jahre 2002. Lang, lang ist es sehr. Ich habe es geschaut als Vorbereitung auf Obi-Wan Kenobi, der am 27. seine eigene Serie bekommt auf Disney Plus. Und dieser Film auch auf Disney Plus zu sehen. Die Handlung ist schnell erzielt. Padme, ehemalige Königin Amidala, ist jetzt Politikerin und wird von einem mysteriösen Kopfgeldjäger mehrfach attackiert. Als sie die Verfolgung diesem Kopfgeldjäger aufnehmen, stellen sie fest, oh, dahinter steckt mehr. Während Anakin Skywalker, totally unfit, aber trotzdem als Begleiter zu Natalie Portman geschickt, zum Partner Amidala auf Nadabur geschickt, um sie dort zu beschützen. Während Obi-Wan Kenobi im Alleingang dem Kopfgeldjäger auf Kamino folgt, dem Planeten, wo die Klonkrieger hergestellt werden, von dem niemand etwas wusste. Meister, diese nicht Meister-Cypher-Deals? Was? Ihr seid kurz davor, den Krieg zu verlieren? Kein Problem, weil hier sind 2000 Millionen Klonkrieger, die den Krieg für euch rumreißen werden. Star Wars-Special-Frage beim Movie-To-Headrop. Wie viele Klonkrieger werden in der ersten Welle gesendet? Na, jedenfalls folgt er dann dem mysteriösen Kopfgeldjäger, der sich bis dahin als der Jango-Fat, ihr wisst schon, Papa von Boba, herausgestellt hat auf einen anderen Planeten. Weiß ich gar nicht, welcher das ist. Geonosis, genau. Und das ist halt irgendwie das Lager von den Geonisianen. Den Föderalisten sind sie? Ne, welche sind jetzt welche? Nein, das sind die Genotians, sind das, aber die Föderalisten gehören dazu. Genau, also sozusagen die Bösen zu dieser Zeitung des Star Wars-Universums, die dort eben ihre Troiden, ihre Troids herstellen. Genau, und dann gibt es diesen phänomenalen Arena-Kampf. Und der Todesstern ist ja da. Und der Todesstern, genau. Und dann gibt es den phänomenalen Arena-Kampf und am Ende wird alles scheinbar erstmal gut. Ich hatte ganz interessant gesehen, Nerdist hat dann auch gemacht bei Instagram, man soll nicht immer nur haten, man soll erstmal sagen, was man richtig gut findet oder was man überhaupt gut findet an der Episode 2. Und man soll auch sagen, ein paar wirklich gute Sachen sind dabei. Ich finde zum Beispiel, ehrlich gesagt, die Kostüme von Natalie Portman, wenn man mal davon abzieht, dass es schon auch sexistische Kostüme sind, weil sie Kleidung trägt, die teilweise wirklich den Anlässen extrem, ja, also den Anlässen nicht entspricht, aber dafür viel Haut freigeben. So ist sie trotzdem irgendwie coole Kostüme. Dann natürlich das erste Mal, dass man Yoda in Action sieht. Der Kampf gegen Count Dooku hat damals die MTV Awards für den besten Kampf bekommen zum Beispiel. Aber das fand ich alles gut, also ich muss dir sagen, die Kämpfe waren allgemein cool. Genau, der Arena-Kampf kriegt immer viel Honorable Mentions. Ich habe auch gelesen, das fand ich ein ziemlich guter Einwurf, nämlich, dass es die interessanteste Zeitepoche im Star Wars-Universum ist, weil da politisch gesehen so viel los ist und das stimmt. Obwohl ich immer sehe, jedes Mal, wenn ich den Imperator, dann noch Kanzler sehe, denke ich mir so, wie haben die das nicht rausgeschickt? Schief, Schief Palpatine. Obviously mean, so, weißt du, was war denn da mit ihren, mit ihren Raiders los, so, jedes Mal, wenn der was sagt, höre ich doch am Ende, wie er das macht, ha, 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 so. Ja, du weißt auch Bescheid. Und dann, ja, was ist noch vielleicht schön, Padma hat halt irgendwie relativ viel zu tun in den Filmen, finde ich. Oh, es gibt auch diese Szene, also gut, so, jetzt geht's los. Apropos Kostüme und Padma, wenn sie entscheiden, dass sie losgehen und Obi-Wan Kenobi retten, der natürlich in Gefangenschaft geraten ist, trägt sie ein wirklich schönes weißes Outfit. Das ist cool, ne? So Rollkragenpullover und cooler Hose und einen guten Cape. Und by the time, wenn sie in der Arena steht, ist ihr Oberteil so Crop-Top-mäßig, kurz unter den Brüsten abgelesen. Aber das, naja, komm, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger, aber sie hat auch gute Apps, also. Super Apps, aber sie ist die Einzige, der das passiert. Aber das Ding hat ja auch, das Ding hat ja auch das alles zerkratzt am hinten, am hinten, am Rücken. Ja, aber das ist schon, aber genau, das ist so, das ist doch Absicht. Das sind so diese kleinen Dinge, die mich dann immer ganz schön abtüren, weißt du? Wenn irgendwie alle ihre Kostüme behalten dürfen, nur in der Teleportman verliert und nicht jeden Teil des Kostüms. Hey, aber die muss dann natürlich auch so ein Lea-eske Slave-Kostüme bekommen. Ja, exactly. So, my point, exactly, George Lucas, ne? Georgie. Dann, eine der schlechtesten Performances in einem Mainstream-Film ever, Gewinner der goldenen Himbeere. Hayden Christiansen. Hate him, Christiansen. Aber nee, don't hate him. Uff, aber ich muss sagen, wenn seine Aufgabe gewesen ist, bewirke, dass sich die ganze Zeit alle Leute mit dir unwohl fühlen, dann hat er hervorragend gespielt. Ja, aber Dialoge, ne? Aber Dialoge und so, es ist ja auch nicht, es ist jetzt nicht George Lucas' Stärke, muss man ja sagen. Ich hasse Sand, Sand kommt überall. Weißt du, ganz ehrlich, wenn eine wunderschöne Frau sagt, das ist ein Strand und ich liebe ihn, es ist der Strand meiner Kindheit. So viele schöne Erinnerungen an alles, was sie darauf einfällt, ist, ich hasse Sand. Sand kommt immer in jede Ritze. Ich verstehe aus, warum sollte sich eine derart brillante Frau wie Padma Amidala in so einen Vollpfosten verknallen, der ihr bei einem Picknick im Wesentlichen sagt, dass sie einen faschistischen Diktator als politischen Herrscher bevorzugen würde, weil der wisse wenigstens was zu tun werden, würde es dann auch tun. So, na klar muss man hier ein bisschen das Vader vorzeichnen, aber mein Problem ist ja gar nicht so sehr, dass er so ist, wie er ist. Aber die Jedi, er ist ja wegen der Jedi so, diesen Schuld, hallo? Aber dann sozusagen zu sagen, und Padma verliebt sich in ihn und ich persönlich finde, sie verliebt sich in ihn, weil er da ist. Es gibt keinen anderen Grund. Ich wüsste wirklich nicht, warum diese Liebesgeschichte, also warum es nie so sinnvoll sein soll. Und das ist ja dadurch, dass das ja eigentlich die Core-Geschichte ja irgendwie von Episode 2 ist, dass sie sich lieben. That's where the baby happened. Und vorne nicht. Es gibt auch so eine ganz unangenehme Szene, wo dann holt er sich ja dieses Reittier und rettet sie da in der Arena und sie springt dann auf dieses Reittier und umarmt ihn so und gibt ihm so ein Küsschen. Und ich denke mir so, das ist alles zu viel, Leute, das ist alles zu viel und auch gleichzeitig zu wenig. Und das ist wirklich schwer auszuhalten. Auch die Figuren sind so auf so Punchlines die ganze Zeit reduziert. Ja, von 13-Jährigen, 12-Jährigen. Und du musst die ganze Zeit sagen, oh, I hate flying, I hate flying and that's why I hate flying. So, also und Anakin ist die ganze Zeit so, I have a bad feeling about this, I have a bad feeling. Und denkst du dir so, okay. Ich muss ja sagen, die Clone Wars Animated Show, die hat Anakin gerettet auf jeden Fall. Muss ich sagen, was diese Zeitepoche angeht, weil das ist schon, ne? Ein bisschen komplexer dürfte da sein. Aber dieser Film ist wirklich die Hölle. Also alle Charaktere haben irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, ein Drett vorm Kopf. Auch wirklich sensationell finde ich diese erste Szene, wo Obi-Wan Kenobi und Anakin bei Padma ankommen, sich begrüßen und setzen sie sich so hin. Und Obi-Wan Kenobi sagt irgendwas, er ist ja der Master. Und Anakin widerspricht ihn so ganz dumm. Und alle schauen sich betrüppelt auf die Finger. So, extremely awkward moment. Aber es ist irgendwie, es ist, man hält es kaum aus, finde ich. Alle sitzen drüber. Anyways. Ja, Bewertung, IMDV. Sagt 6,6 und Metascore von 54. Letterboxd ist bei 2,6. Also, da sind sie ein bisschen ehrlicher. Meine Wertung 1,5. Das ist tough, 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 tough. Was gibst du dem denn so? Keine Ahnung, ich will das gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ich da ehrlich bin, 5. Wenn ich nicht ehrlich bin, mehr. Ja, eine, eine, eine. Es ist, es ist, also wie gesagt, es gibt ganz coole Verkampfszenen. Es gibt ganz coole Kostüme. Oh, oder auch wenn er dann anfängt, diese, äh, die beiden Reiters abzuschlachten. Wir sind jetzt durch. Und sie trotzdem sagt, du bist da halt traurig gewesen. Das ist nicht so schlimm, dass du sie alle umgebracht hast. Ach, die freunden Kinder, ich verzeihe dir. Obwohl ihr Hauptaspekt ist, eigentlich sowas zu verhindern. Ich fasse aus bei diesem Film. Next review, please. Let's move on to winning time. Was auf jeden Fall ein bisschen more winning war in terms of movies, TV-Shows, I mean. Ja, eine wundervolle Serie, die jetzt zu Ende gegangen ist. Ich glaube, sie gibt es jetzt auf Sky auch, ich weiß nicht, im Ganzen ist es schon zu sehen. Oder wöchentlich eine Folge mehr. Auf jeden Fall, ich war sehr, sehr begeistert. Wir beide, meine Freunde und ich haben es ja geguckt und wir waren beide sehr begeistert. Zwei Basketball-Fans. Weil wir zwei Basketball-Fans sind. Erstens das und zweitens, weil die Serie einfach sehr, sehr gut produziert wurde. Das Ganze ist von Adam McKay mitproduziert. Max Bornstein und Jim Hecht haben das geschrieben. Die Besetzung ist John C. Reilly als Larry Buss, der der Longtime Lakers-Owner war. Eigentlich sollte das Ganze nämlich, wie heißt er hier, Will Ferrell spielen, der mit Adam McKay die Produktionsfirma hat. Aber, weil, Will Ferrell ist halt riesiger Basketball-Fan und so hat er ja schon Jackie Moon hier semi-pro gemacht und so weiter und so fort. Großer, großer, großer Lakers-Fan und der hat das quasi aber nicht gekriegt und Adam McKay hat John C. Reilly hingestellt, weil alle meinen so, Will Ferrell ist cool, aber John C. Reilly ist besser. So, und dann waren die beiden sehr verstritten, Adam McKay und Will Ferrell und haben ihre Produktionsfirma auch separate ways und so. Drama, Drama, Drama behind the curtain. Ja, aber ich meine, ist schon ein gemeiner, gerne meiner Move so, ne? Ja, aber come on. Das ist Kindergarten. Hey, aber das ist so, wie, guck mal, das wäre wie, wenn mein bester Freund George Luke. Guckuck mal, nee, 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 nee. Guck mal, stell dir vor, ich bin hardcore Star Wars-Fan, George Lucas würde einen neuen Star Wars-Fan machen und sage, ich bin richtig guter Kumpel mit George Lucas und hätte einen Produktionsfirma, der würde sagen, ja, sorry, dich besetzen bin ich. Wie traurig dich denn? Gleichzeitig würdest du aber sagen, das Projekt ist richtig gut, ich finde, wir sollten die Besten der Besten dafür benutzen. Und wenn jeder Meinung sagt, John C. Reilly macht es besser als ich, dann stehe ich... Ich glaube, Will Ferrell hat es auch gemacht, aber gut gemacht, glaube ich einfach. Irgendjemand hätte den mal sagen, so einen Hayden Christian in Hayden Penetir sagen. Das wäre eigentlich besser in der Rolle gewesen. Ich glaube nicht, diesmal schlimmer, finde ich. Aber gut. Ja, auf jeden Fall, die haben das jetzt hier gemacht. Quincy Isaiah spielt Magic Johnson, dann haben wir Jason Clark als Jerry West, also Mr. NBA, das ist das NBA-Logo, how they call them. Und dann haben wir noch natürlich die ganze Lakers-Mannschaft, wir haben Claire Rothman, die von Gabby Hoffman gespielt wird, die auch eine sehr große Rolle in der Lakers-Company an sich spielt. Dann haben wir Adam... Entschuldigung, nicht Adam, Adrian Brody, der Pat Riley spielt, der Langzeit-Coach der Lakers war. Und der auch der Herr bei den Miami Heat quasi die zu drei Meisterschaften geführt hat und so. Also sehr, sehr großer Coach, der eigentlich gar nicht mit dem Coach angefangen hat, sondern eher in der Speaker-Booth. Also er hat ja selber gespielt und dann war er hier Moderator sozusagen, Kommentator. Und ja, das hat sich dann geändert und dann wurde er zum Coach, weil nämlich, auch eine sehr interessante Story, der Head-Coach, der Jack, wie hieß er nochmal richtig? Also ich komme gerade nicht auf seinen richtigen vollen Namen, aber Jack auf jeden Fall, auch von einem bekannten Gesicht gespielt, Jack McKinney, genau, von Tracy Letts gespielt. Der ist nämlich, hat hier gecoacht und war auch richtig erfolgreich und er hat so dieses typische Lakers Basketball aus den 80ern, also wofür wir die bekannt geworden sind. Das ist auch die Rookie Season übrigens von Magic Johnson, also wo er angefangen hat. Und ja, der hatte dieses Run-and-Gun Basketball, was halt super schnell war und super flashy, deswegen auch das Showtime, da kommt es her. Und der hat das eingeführt und der ist nämlich beim, der ist beim Dings hier, beim Fahrradunfall hat er gehabt. Richtig krass schlimm. Die Bremsen sind kaputt gegangen oder sowas, keine Ahnung und er ist vorne einfach auf den Asphalt raufgeklatscht. Richtig, richtig bitter. Und ja, der hat Muster Lava lange gekommen und dann ist sein Assistant Coach hier von Jason Siegel gespielt, am Start gewesen und Pat Riley hat ihm geholfen und das war schon sehr, sehr cool. Und wir sehen natürlich auch die große Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar. Wir sehen Larry Bird, der am Start ist und wie gesagt, die ganzen anderen Lakers, die man aus dieser Zeit kennt und es war sehr, sehr cool, weil das Editing war richtig geil gemacht. Also die hatten immer so, wenn die manchmal so intensive Gespräche gehabt haben, wurden andere Sachen rübergelegt. Die hatten das von 4K, super krass scharfen Aufnahmen hin zu so einem 80s Look immer gewechselt. Es war auch super passend zu jeder Situation. Also es war ein großes, großes, großes Kino. Definitiv sehenswert. Also ich wünschte alle sehen. Sally Field spielt übrigens auch mit als die Mutter von Jerry Buzz, also als John C. Reilly. Und es ist ein großes, großes Kino. Ich kann das immer nur wieder jubeln, bejubeln, weil es zeigt echt eine coole Zeit und man will darüber mehr wissen. Also ich glaube, gefühlt nach jeder Folge wollten wir irgendwelche Dokumentationen gucken. Wir haben dann auch in der Zeit They Call Me Magic, die Apple-Doku dazu gesehen und mal bis von der anderen Seite zu beleuchten, weil auch während der Zeit, während es rauskam, die Menschen wie Karima Dujabar, ich glaube, was nicht, Jerry Buzz nicht war, Magic hat auch glaube ich was gesagt, aber zwei, drei Leute haben auf jeden Fall sich öffentlich gesagt, so ja, nee, so sind wir eigentlich nicht. Jetzt natürlich die Frage, wie sind die Leute? Weil es wurde natürlich auch viel Drogen, Drogen wurden thematisiert, der Drogenmissbrauch, es wurde natürlich diese, weil von nichts kommt nichts, sag ich mal, was die den HIV-Erkrankung von Magic Johnson betrifft, wenn ich meine, die ist in der Hinsicht noch relativ weit hin, bis das passieren sollte, weil es Anfang der 80er ist und das ist erst in den 90ern, als das bekannt wurde, aber es wird so ein bisschen so ein Grundstein gelegt, so von wegen hier, ich nenne es mal jetzt freie Liebe beziehungsweise auf Tour sein, auf On The Road sein, beim Basketball hier, und dann da sein Ding zu machen und ja. Und ganz ehrlich, ich finde einfach, Kunst ist Kunst und muss nicht das Leben abbilden, das ist ja, also. Naja, aber es ist schon kacke, wenn die dich schlechter darstellen, so kann es verstehen. Aber weißt du, hört jemand sich die Queen beschweren? Die stirbt auch gleich. Ja, keiner hat die Queen gesagt, nachdem sie den Diana Queen gesehen hat, ist sogar mein Bart gar nicht. Ja, naja, jedenfalls gab es da Magic Johnson orientiert ich meine Queen, ja, wurden da ein paar Beschwerden laut und so. Ja, aber insgesamt, trotzdem tut das, es war einfach wirklich sehr gutes Drama, sehr gut inszeniert, die Schauspieler waren alle sehr passend, es hat sehr viel Spaß gemacht, man hat Bock auf Basketball gekriegt, das war wundervoll. Deswegen auch meine Bewertung gleich. IMDb sagt 8,4 auf Letterboxd wahrscheinlich nichts zu finden. Genau, ich bin sogar ein bisschen höher, ich bin bei 9,5 von 10, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie steht ganz oben auf meiner Watchlist, Winning Time. Sehr gut. Ganz weit oben. Gut, ich habe mitgebracht noch, Abteil Nummer 6 war auf der Longlist für den besten internationalen Film der diesjährigen Oscars, hat es genau wie Ich bin dein Mensch nicht auf die Shortlist geschafft und ist ein finnisch-russischer Film von Juhu Kurosmanen. Abteil Nummer 6, man hört es schon, ist ein Film, der einen Roadtrip darstellt, auch Schienen, das heißt, die größte Teil des Films, jetzt habe ich auch die ganze Zeit gedacht, der größte Teil des Films ist so Zugromantik, wie man eben so in einem Nachtzug drei Nächte lang von Moskau nach weit Richtung Ostendurch, Murmansk, genau, Murmansk. Und der Film fängt so an, dass wir die Hauptfigur Laura, die gespielt wird von Seidi Harla, die ist so eine finnische Ausstauschstudierende in Moskau, sie studiert Archäologie und lebt mit ihrer russischen Freundin und zwar nicht Freundin, also Freundin, sondern Freundin, Freundin zusammen und man steigt in den Film ein mit einer Abschiedsparty für sie und wir sehen auch so ein paar Küsse und Liebesszenen, was ich ziemlich aufregend fand tatsächlich dafür, dass es ja auch ein russischer Film ist und wie Russland mit Homosexualität umgeht, ist ja leider bekannt, nämlich nicht besonders. Vielleicht wurde er nicht in Russland gezeigt. Wahrscheinlich wurde er nicht in Russland gezeigt. Genau, und dann beschließen die beiden Frauen eben, dass sie nach Murmansk fahren wollen, um sich dort die Petroglyphen anzuschauen, so eine große archäologische Sache, tolle Sache, so für alle anderen alte Steine. Und kurz vorher sagt aber die russische Freundin quasi ab und kommt nicht mit auf diese Reise und deswegen muss sie dann alleine in diesem Abteil sein, Abteil Nummer 6 und verbringt dort die drei Tage mit einem sehr, 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 sehr maskulinen Russen. Minenarbeiter, ein Minenarbeiter. Genau, Joha, der wirklich anfangs alles ist, was man hasst an Männern. Also innerhalb von 10 Minuten will er Geld für ihre Möse bezahlen und so weiter und so fort. Und nach und nach ist natürlich, wie das ist, wenn man auf so engem Raum zusammen ist, entwickelt sich da irgendwie eine Beziehung. Da kann man ja gar nicht verhindern. Und das führt ehrlich gesagt zu vielen sehr, sehr schönen Szenen, die den Film dann auch so tatsächlich ziemlich berührend machen. Was vielleicht auch ganz cool ist, der Film spielt so Ende der 90er Jahre, was man zum Beispiel daran sieht, wie die Parkers aussehen, aber auch, dass sie die ganze Zeit einen Camcorder benutzt und sich einen Walkman benutzt und auch gab da so Momente natürlich, wo sie ihren Tape mit einem Beistift aufziehen muss und sowas so. Alte Reminiscenzen. Also das machte ich ganz gerne, die Grobkörnigkeit des Films, die dann auch immer wieder natürlich auch noch gesteigert wird, indem diese Aufnahmen durch den Camcorder gezeigt werden. Und besonders schöne Szenen sind dann zum Beispiel, wenn er sie mit zu seiner Großmutter nimmt und dann fangen sie alle an, selbst gebrannten zu trinken und werden so ein bisschen locker und sprechen darüber, was Frauen und Liebe und Männer und so weiter verbindet. Das ist schon ganz cool gemacht und wie sich die Figuren nahe kommen, wann sie brechen, wie sie sich entwickeln. Das ist wirklich spannend, bis zu dem Punkt, wo es mir zu viel wurde, interessanterweise. Was war das zu viel? Nein, also ganz am Ende des Films ist es so, dass, ich weiß gar nicht mehr warum, ach ja, sie bittet ihn, seine Adresse aufzuschreiben, weil man ja nie wissen könne, ob man sich nicht noch mal wiedersehen möchte im Leben. Ganz am Ende der gemeinsamen Reise, nachdem sie wirklich viele Dinge erlebt haben und auch wirklich zusammengekommen sind als Team und er macht, sie schmeißt ein übelstes Terrenschirm, so nein, mache ich nicht, zeichne dich nicht, gib dir meine Adresse, stürmt davon und sie stürmt ihm nach und dann umarmt sie ihn und ich war da kurz davor, dem Film vier Sterne zu geben und dachte, wie schön, was für eine schöne Umarmung und dann fängt sie an, ihn zu küssen und dann dachte ich mir so, this is weird, weil Romantik wurde echt null zwischen den beiden entwickelt, außerdem wurde mir im Film als Lesbe vorgestellt, jetzt kann man natürlich schon sagen, es gibt auch Bisexualität, gibt es wohl auch, aber trotzdem, also dieses Begehren kommt out of nowhere, man kann natürlich sagen, der Film spielt mit dem, also das größte Motiv des Films ist Einsamkeit, wie gehe ich als Mensch mit Einsamkeit um, bin ich nicht immer einsam, wie kann mir eigentlich ein Mensch wahrhaft begegnen, was ja ein sehr, sehr schönes Filmthema ist und ich glaube, diese Attraktivität soll ein bisschen daherkommen, dass sie beide gegenseitig so ihre Einsamkeit aufheben und ich finde aber schade, dass sie das nicht nur als Freunde dürfen, so warum, warum muss da geknutscht werden und sie will ihn eigentlich sogar schon ausziehen und dann reißt sie sich so von ihr los und stürmt aus dem Abteil und so weiter und ganz am Ende hatte ich sogar das Gefühl, es gibt noch einen größeren Grund, nämlich, dass er möglicherweise anderalphabet ist und deswegen seine Adresse nicht aufschreiben wollte, aber da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, da kann gerne jemand, der auch Abteil Nummer 6 gesehen hat, ist er so irritiert davon, dass er seine Adresse aufschreiben soll, weil er nicht kann, kann er seine Adresse einfach nicht aufschreiben, weil natürlich spielt zum Beispiel auch diesen Film mit hinein so einen Klassenunterschied, so sie ist halt eine Akademikerin, die sich für Predoglypen interessiert und er ist halt ein richtiger Prolet, der eben für Bergarbeit bezahlt wird, also eine der ja unangenehmsten Jobs, die die Welt so zu bieten hat, Philipp. Ja, also deswegen finde ich nach wie vor ist eine sehr, sehr interessante Prämisse, die cool umgesetzt wird, sehr, sehr unterschiedlich Figuren sich hier begegnen, toll gespielt, also wirklich jeweils sehr, also Figuren man wirklich toll verkörpert, also man hat den Schmerz beider Figuren sehr gut gespürt, finde ich persönlich, was mich dann immer so ein bisschen mitnimmt, aber wie gesagt, das Ende hat mich merkwürdig rausgerissen, weil ich dachte, ja okay, aber ihr macht es euch zu einfach, wenn man Einsamkeit und mit Liebe begegnen kann, das ist mir immer ein bisschen zu wenig. In der Einsamkeit kann man auch sehr gut mit Freundschaft begegnen und das ist dann vielleicht umso stärker. Am Ende von Casablanca müssen sich die Männer ja auch nicht küssen. Wäre doch mal was. IMDb-Berwertung bitte. 7,3 und Metascore von 80. Bei Letterboxd auch 3,7 und ich persönlich, ich bin so ein bisschen von hergerissen zwischen 3 und 3,5 Sternen. Also wenn das Ende anders gewesen wäre, wäre es jetzt mehr gegeben, aber tatsächlich war dieses Rumknutschen, das hat das für mich so ein bisschen kaputt gemacht, so wie das halt manchmal so ist. So ein Film ist okay, ist okay. Wunderbar dahin plätschern und man ist ganz berührt von ganz vielen Szenen und dann gibt es so einen Moment und die Hauptmessage geht einem so ein bisschen kaputt und dann funktioniert der Film für mich nicht mehr. Bist du jetzt nicht total daneben? Ist okay. Also nicht weit weg von dem Durchschnitt. Nicht weit weg. Genau, also anders als Ich bin dein Mensch bin ich durchaus zu Recht nicht auf der Shortlist für den internationalen besten Film gelandet. Oh, geht auch. Dann habe ich aber den Hands of God und den Jack-Film nicht geschaut, deswegen weiß ich nicht, ob die so viel besser sind als Ich bin dein Mensch. Hast du die beiden eigentlich gesehen? Hands of God und Jack im Klassenzimmer? Hands of God habe ich noch geguckt, aber Jack nicht. Okay. War Hands of God Brut? Du hast ja auch Ich bin dein Mensch nicht gesehen, ne? Ja, ich habe mich immer gedrückt jetzt die ganze Zeit davor. Ich habe nicht so Lust. Hey, komm, du drückst dich vor anderen Sachen. Also gut. Ja, ein Film, der auf jeden Fall auf der finalen Liste der internationalen Feature gelandet ist, ist The Worst Person in the World und wir reden jetzt mal über diesen Film, der bei uns am 2. Juni startet. Lief am 8. Juni in Cannes wurde er gezeigt. Hier war die Uraufführung. Es ist ja. Genau, das Ganze ist von Joachim Trier, der die Oslo-Filme gemacht hat hier. Reprise Oslo August 31st und dann noch irgendeinen, glaube ich. Ach nee, das ist der 3rd Film. Achso, das soll der sein. Entschuldigung. Und ja, und Eskil Vogt, den man ja aus anderen Sachen kennt, wie zum Beispiel, der jetzt gerade den The Innocent gemacht hat, den ich ja auch sehr gut fand, diesen Horrorfilm. Der hat das gemacht und auch andere gute Filme, Thelma, Louder Than Bombs und hat auch geschrieben Oslo und so weiter und so fort. Und ja, der, und Dings glaube ich auch, hat er nicht Another Round Up gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist ja kein Däne. So, jedenfalls, ja, der ist dabei, der ist gemacht und in der Hauptrolle haben wir Renata Reinsweh, die eine Sensation ist, finde ich. Herr Schauspieltechnisch, grandios. Und wir haben anders Danielsen und Herbert Nordrum. Und Herbert spielt nämlich Elwind und anders spielt Axel die beiden, sag ich mal, wichtigen Personen in diesen, weiteren wichtigen Personen in diesem Film. Das Ganze ist 128, falls ich nicht gesagt habe, Budget war 5 Millionen und im Box Office hat es schon 11,8 eingenommen, also sehr, sehr ordentlich. Der Film ist in 13 Kapitel unterteilt. Ist das 13 oder 14? Nee, es sind 12 Kapitel, ein Prologon, ein Epilog. Genau, also, ja, also eine sehr besondere Filmform, also nicht euer typisches Dramenmodell mit oder so rum, sondern eher so eine offene offene Dramenvariante. Willst du erzählen mal, worum es geht, Julia? Ja, es geht um die fast 30-jährige beziehungsweise dann 30-jährige Julia, die also ein bisschen durchs Leben meandert, bis sie sich verliebt in den 44-jährigen Comiczeichner Axel, mit dem sie dann auch zusammenzieht, der mit ihrer Familie gründen möchte. Sie möchte aber nicht so richtig und während er immer berühmter wird, arbeitet sie weiterhin in einem Buchladen, weil sie noch nicht genau weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen will, obwohl sie eine Frau vieler Talente ist und schließlich begegnet sie auf einer Party, einer Hochzeit, die sie crushed, einem attraktiven Unbekannten, nämlich Eyvind und dann verbringen sie eine Nacht, in der sie sich, in der sie nicht betrügen, sondern alle möglichen Dinge ausprobieren. Ich sage, sehr in the mood of love here, in the mood for love. Und schließlich trennen sie sich aber dann doch von Axel und kommt mit Eyvind zusammen. Das ist aber irgendwie auch nicht das Richtige. Und der Film endet im Prinzip damit, dass sie sich, womit endet der Film? Vielleicht eine ganz gute Frage. Ist vielleicht auch einer meiner großen Kritikpunkte. Okay. Gut. Dann lass uns mal loslegen. Dieser Film ist doch nun wirklich, also das muss man echt mal sagen, ist ein visuelles Meisterwerk. So, ich finde, alleine der Anfang und ich mag Anfänge ja wirklich gerne. Ich finde, Filmanfänge, das ist so ein ganz spezielles Ding für mich. Ein guter Filmanfang für mich. Ach, derjenige sage ich nur. Da passiert schon viel. Und hier wird in ganz schnellen Kapitelchen uns Julias Weg bis zur Axel gezeigt, was sie alles ausprobiert hat, warum sie die Dinge fallen lässt, wie sie sich entscheidet, Dinge zu tun, auch wie die visuellen, also wie bestimmte Dinge visuell funktionieren. Zum Beispiel fängt sie dann an, Psychologie zu studieren und ihr Professor flirtet mit ihr und sagt so, hypothetisch gesprochen, was wäre denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Julia an einer Party begegnen würde und wir hätten dann so Anziehungskraft, hypothetisch gesprochen und das nächste, was du siehst, ist, wie sie auf ihrem Handy Bilder von ihm und sich im Bett so wegswipet. Also wir sehen nicht die Affäre, sondern wir sehen Bilder von der Affäre und dann werden diese Bilder so in was anderes übergeleitet und das funktioniert alles richtig, richtig, richtig gut. Das fand ich total schön, diese schnelle Episoden Hefte anziehen, auch mit einer Erzählerin zum Beispiel, die ich richtig, richtig großartig fand und die dann aus irgendeinem Unglück im Laufe des Films leider verschwindet. In den letzten Kapiteln und dem Prolog gibt es die Erzählerin nicht mehr. Ich finde es auch einfach strange, wenn du so ein Erzählmittel benutzt und auch viel im Film benutzt und dann hört es plötzlich auf. Dann kann man natürlich sagen, also da kann man jetzt anfangen zu überlegen, hört es vielleicht auf, weil sie wirklich die Kontrolle in ihrem Leben übernimmt und sie ihre eigene Geschichte erzählt. Sie braucht keine Erzählerstimme mehr, sondern sie erzählt jetzt ihre eigene Geschichte, das könnte man machen. Aber hast du nicht so empfunden? Habe ich jetzt nicht so gespürt. Überhaupt muss ich sagen, ich glaube, mein Hauptproblem mit diesem Film und es war, obwohl ich finde, dass es ein sehr schöner Film ist, mir selbstverständlich einen guten Drehbuch, um das mal mit einer anderen großen Skandinavierin zu sagen, ich fühle es nicht. Ich habe es nicht gefühlt. Okay, ich habe es anscheinend ein bisschen mehr gefühlt. Also ich fand es wirklich sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, das Genre, was es ja macht, das ist ja Romantic Drama, könnte man ja sagen, was eigentlich nicht so oft benutzt wird und es wird aber interessanterweise mit einer Art Coming-of-Age-Variante verbunden, was wirklich sehr, sehr schön erzählt ist und was zwei Genres sind, die man wirklich so nicht so sieht und vor allen Dingen nicht bei Personen in diesem Alter und ich fand, ich habe mich da schon irgendwo identifizieren können, vor allen Dingen halt auch mit meinen Zwanzigern und so weiter und so fort, wo wir auch Rückblicke haben, was in ihren Zwanziger waren, obwohl sie ja 30 wird, dass ich hatte, ähnliche Entscheidungsängste oder beziehungsweise Ideen, ist das das Richtige, ist das die richtige Person, mache ich das jetzt hier richtig und das sind ja alles Sachen, die da vorkommen und die finde ich sehr, sehr nah an der Realität gezeigt wurden und sie hat es auch so gut geschauspielert, dass ich da wirklich weiter dran blieb und das mir wirklich sehr gut bis zum Ende gefallen hat. Ja, ich finde, also wie gesagt, witzigerweise, das geht mir ja genauso und auch diese, also diese Sinnsuche aus der eigenen Unzufriedenheit daraus, die sie da so lebt. Auch das habe ich total gespült, also es gibt diesen super schönen Moment, da geht sie von seiner Buchpremiere früher weg, ist ganz alleine, der Film wird ganz, ganz still und sie schaut so auf ein wunderschönes Panorama von Oslo, die Wolken sind gigantisch und sie muss sich so ein Tränchen wegwischen und diese Ruhe, die da so drin ist, das fand ich schon krass, also so gerührt sein davon, dass man selbst so belanglos ist. Ich kann das schon irgendwie, I don't know, ja, irgendwie fand ich das, das ist auch das Interessante, dass es bei mir da so einen ganz großen Diskrepanz gibt zwischen ich rede über diesen Film und dann ist das für mich ein sehr guter Film und ich habe den Film gesehen. Ich sehe diesen Film. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das gibt es ja öfter. Das passiert manchmal, genau. Wo du für einmal guckst, ne? Ich finde es vielleicht auch gerade bei so fremdsprachigen Filmen, da geht ja auch was verloren. Ich bin jetzt auf Norwegisch gesehen mit englischen Untertiteln, das heißt, ich habe ihn in zwei fremdsprachen gesehen. Ja. Möglicherweise ist auch das ein Problem und ich fände es eigentlich ganz interessant, den mal auf Deutsch zu sehen. Kann sein, dass das natürlich eine Katastrophe ist, obwohl zum Beispiel ab Teil Nummer 6 ganz interessant synchronisiert wird, weil ja sie im Original als Finnin die ganze Zeit Russisch spricht, aber eben, also gelernt ist Russisch und das machen sie, indem sie halt Deutsch mit Finnischem Akzent und ganz langsam sprechen, was sich irgendwie am Anfang befremdlich macht und dann ganz gut. Und vielleicht klappt das hier in dem Film. Und auch, vielleicht würde mir das tatsächlich helfen, den Film nochmal auf Deutsch zu schauen. Vielleicht komme ich ihm dann etwas näher, weil die Grundmessages, die fand ich echt total spannend. Auch dieses, was erwartet man eigentlich von Menschen, um die 30 Kinder kriegen, sesshaft werden und so weiter und so fort. Und das war, genau, das fand ich halt, das hat diesen Film für mich wirklich sehr, sehr besonders gemacht und hat ihn gut für meine Realität umfasst und finde ich daher sehr, sehr sehenswert. Und, was wollte ich jetzt sagen, ich habe es vergessen, was wollte ich noch Wichtiges sagen. was auch hinzukommt, ist zu der Message des Films, finde ich, ist ja auch wirklich, dass der Regisseur sich traut, visuell einige interessante Dinge zu machen, die jetzt auch nicht, also wer Beklebowski gesehen hat, der findet jetzt die Drogenszene jetzt nicht so krass. Das hat man in den 90ern schon gemacht. Aber zum Beispiel gerade diese Titelgebende Szene des Alle sind im Freeze und sie läuft dann quasi ihrem Herzen folgend durch die Stadt. Ja, das war super. Das war wirklich sehr beglückende Szene. Meine besten, also das waren meine Lieblingsszenen in diesen beiden Filmen. Also das, wo sie läuft halt und das mit den Shrooms, aber eher, was in der Szene passiert mit ihrem Vater konfrontiert und so weiter und so fort. Und das war schon wirklich cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber aus dem visuellen Grund. Also jetzt mal hier Spoiler-Galore, wie sie das Tampon auf ihren Vater wirft. Gehört für mich auch vielleicht zu den schönsten Szenen des Jahres. There you have it. Was ich ganz interessant finde, noch ist vielleicht zu diskutieren, das ist ja ein Film von einem männlichen Duo geschrieben und von einem Mann inszeniert. Ganz interessant, er hat ja den Film gemacht, nachdem er Renate Rainsway in seinem Film der 31. August Oslo in einer Mini-Rolle gehabt hat. Und er war so begeistert von ihrer Energie auf dem Set, dass er diesen ganzen Film, sie wollte eigentlich in dem Film aufhören. Und dann hat er ihr diesen Film ja wirklich maßgeschneidert, weil er so begeistert war von ihrer Set-Energie, dass er einen Film um sie herum inszenieren wollte, was ja wirklich auch eine große Ehre für die Stadt. Und ich finde deswegen Schweinerei, dass sie nicht nicht nominiert war für Nils wurde. Genau, sie hat sonst alle großen, großen, Bafta hat sie gewonnen, Khan hat sie gewonnen, Beste erspielen. Also irgendwann reicht es ja auch mal. Na klar, aber ich finde, dass sie nicht mal nominiert war. Bestimmt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist sozusagen, wir haben hier Männer, die einen Film über eine Frau schreiben und funktioniert das ja oder nein? Und für mich ist das ein ganz klares Jein. Ich finde an Julie, finde ich ganz spannend, dass sie eigentlich keine richtige, keine weibliche Figur ist. Also obwohl sie so sehr an Carrie Bradshaw erinnert, in dem, wie sie lebt und was sie lebt, wie sie das empfindet und auch wie sie es zeigt, ist es trotzdem, ich finde, sie ist eine sehr universelle Figur. Auch dieses, was vielleicht eins meiner Lieblingsmotiven an dem Film ist, ist dieser schmale Grat zwischen selbst Selbstmanipulationen, also so sich selbst Steine in den Weg legen und gleichzeitig selbstbestimmt zu handeln. Das finde ich total spannend. Also wann mache ich eine Situation kaputt, weil ich der Meinung bin, sie ist nicht gut für mich und ich muss da raus, zum Beispiel in der Beziehung. Und wann ist es aber vielleicht eine blöde Idee gewesen, die Beziehung eigentlich kaputt zu machen, weil ich dachte, da passiert noch was Besseres für mich. Ja, Entscheidung. Genau, das finde ich ein ganz spannendes Motiv des Films, der ganz cool ist. Und das ist auch das, also Joachim T. sagt ja selber, er macht Filme im Prinzip, weil er diesen Realismus zeigen möchte. Er möchte nicht immer nur Filme zeigen, die so ja, besser als die Welt sind, sondern mehr davon abbilden. Hyperrealität. Hyperrealität. Und diese, ja, genau das, die sich entscheiden müssen, ist für Menschen um die 30 eine Wahnsinnsache. Also wir alten Menschen so um die 36, für uns ist das alles gegessen. Wir wissen, wo wir hingehören. so ist es. Aber ja. Also wie gesagt, für mich ein Problem des Films ist, warum ich jetzt zu meiner nicht so guten Wertung bekomme von nur 7 von 10. Was da? Ey, lass mich das mal in die Ahnung. Ach so, sorry, ich verkehrs die Reihenfolge, ich muss alles aus dem Neu. Ich wollte dir das Wort fallen, aber dann dachte ich, du kriegst den Bogen, aber hast du nicht. Aber gut. Habe ich nicht gekriegt. Die IMDb-Bewertung ist 7,9 von 10, ein Metascore von 90. Was sagt Letterboxd? Letterboxd ist bei 4,2. Okay, jetzt darfst du, ziemlich hoch. 82 wäre das in der Nähe. Ja, ich bin, wie gesagt, bei 7 von 10 Punkten, einfach, weil ich, weil ich den zweiten Teil des Films sehr schwach fand, tatsächlich, weil der Film, der einen ja auch wirklich so mitnehmen möchte, auf Renatas Reise, äh, Renatas, auf Julias Reise, verlässt sie so sehr für die Figur Axel, finde ich. Also sie ist dann nur noch Steigbügelhalterin für seine Gefühle, für seine Gedanken, für seine Ideen und Träume, für seine Ängste und auch das Ende des Films, der Epilog, den finde ich extrem kontrovers. Also sie ist dann, äh, sie geht sozusagen in ihrer Karriere als Fotografin nach und sie muss, äh, Setfotos machen von einer Schauspielerin, die total rumgeschubst wird von einem Mann, so in der Art und Weise und dann stellt sich heraus, dass das die neue Freundin von ihrem Lover Aivind ist, mit dem, die haben dann ein gemeinsames Kind, obwohl Aivind eigentlich keine Kinder wollte. so, äh, also ein sehr sexiness City, genau die gleiche Story gibt es mit Brüder auch. ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen besser, ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben, gefühlt, äh, und bin bei, äh, ganzen neuen 14 Punkten. Mehr hat da wirklich sehr gut sein. Ja, das finde ich halt ganz spannend, vielleicht auch, weil sich Männer mit beiden Figuren gut identifizieren können, so, möglich, und ich kann, ich kann man an Axel gar nicht, weil ich war den super, super onkelhaft, zum Beispiel auch dieses, früher als wir uns noch mit Dingen umgeben haben, da waren wir glücklich. Hey, hättest du, wie es ist? Auf jeden Fall sehenswert, also, oder? Auf jeden Fall sehenswert, also auch, ich muss sagen, sieben von zehn Punkten ist ja keine schlechte, ist ja nicht schlecht. So ist es, so ist es. Aber es ist natürlich, ich bin, ich habe diesen Film gesehen mit einer Erwartung, dass ich diesen Film lieben würde, so, und es ist vielleicht echt gut zu wissen, es ist keine romantische Komödie, der Film ist eigentlich, der ist wirklich nicht lustig. Er ist sehr tragisch, sehr skandinavisch an der Stelle. Wenn man mit der Haltung reingeht und sich darauf einlässt, hier ein Coming-of-Age-Film für um die 30-Jährige zu sehen mit einer sensationellen Schauspielerin von The Home. Ich glaube trotzdem noch, dass er zu meinen besten Films jahres gehören wird am Ende, Top 10, sage ich trotzdem. I don't know. Ich war nicht so enttäuscht wie von Licorice Pizza. Well, das ist ja Day and Night, würde ich mal sagen, ne? Na, für viele Leute nicht. Ich glaube, ganz viele Leute, die den einen Film mochten, mochten diesen Film auch. Ist das mein Eindruck, wenn ich so Podcasts höre oder so, oder Reviews lese. Alright, 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 alright. Yes. Gut, dann sind wir damit durch, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt natürlich auch hoffentlich was zu sagen zu unseren Filmen, die wir gerade rezensiert haben. Denn lasst uns doch wissen in den Kommentaren, was ihr so gut oder nicht so gut fandet, beziehungsweise, was ihr gerne sehen wollt und vielleicht auch, was wir vielleicht rezensieren sollten. lasst uns wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns über jeden. Macht's gut, Leute. Ciao, Ciao. 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 Ciao.